Hey, willkommen zu einer weiteren Folge Happy Worlds. Heute mit den Leveln von GLP.TV. Äh, ja. Die neueste Level von GLP.TV. Wir nehmen das Level von Sky Deluxe S. Del- Deluxes. Der- Deluxes. Hallo GLP und andere, wer das Level schafft, muss echt krank sein. Okay. Ich bin schon ein bisschen krank. Oh, nee, oder? Jetzt haben wir nicht, das sind einfach nur Bälle. Oh, Gott. Aber, da ich der Pro bin, kann ich einfach mal einen kleinen Trick anwenden. Oder auch nicht. Okay, geht nicht. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Oh, nee. Was? Oh, Gott. Was ist das denn für ein Level? Das ist ja eher eine... Obwohl, wenn ich mich immer links wegdrücke, geht das nicht? Ach, klar. Nicht... Och. Er versteht dafür nicht, dass er nach rechts muss. Der ist aber zu dumm. Oh, 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 oh. Geil. Aber ich lebe noch. Ich will das Teil greifen. Ich will das Teil greifen. Oh, ich würde das... Die Abrissbilde greifen. So, mein letzter Wunsch. Aber ich habe ihn leider nicht gefühlt bekommen. So, komm mit. Komm mit, komm mit. Kleiderfotz, komm mit. Kleiderfotz. Schön, wie du dich drehst. Schön. Komm, komm, komm. Nein. Ja. Ho. Ho. Oh, ich bin tot. Ho. Oder auch nicht. Okay, okay, okay. Boah, wie... Ekelhaft knapp ist das denn bitte? Ich kann aber auch gerade... Oh. Ich werde... Oh, nein. Boah, die Stelle ist ja mal richtig widerlich. Okay, okay. Nee, das schaffe ich jetzt. Oh, ich habe meinen Helm verloren. Aber ich glaube... Jetzt schaffe ich es erst recht, weil... Der Helm war im Weg. Mein Charakter hat einfach nicht... Nicht mehr sehen können, wo links und rechts ist. Deswegen... Probiert doch immer nach links zu rutschen. Komm schon. Ja. Wie soll man denn timen? Wenn das Teilhinein die ganze Zeit da vorne bedroht. Oh. Okay. Okay. Oh. Das war... Perfekt... Scheiße getimed. Muss man schon sagen. Also, es war wirklich genau... Reingespielt. Puh. Wie kacke bin ich? Nein. Was machst du denn? Was... Was... Oh. Okay. 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 Die Stelle ist gut. Die Stelle war schlecht. Mann. Ja. Okay. Oh. Boah. Braucht doch nicht eine halbe Stunde, um da mal... Alter, wie soll das gehen? Das ist doch nicht möglich. Gleichfallig. Gleichfallig. Bitte nicht. Bitte nicht. Rette mich. Rette mich. Kannst du bitte aufhören zu zittern? Okay. Ja. Und jetzt? Ich muss... Ich muss warten, bis er sich nochmal rumdreht. Ja. Oder einfach nochmal... Genau. Ja. Genau. Okay. Letzter Versuch. Das ist wirklich echt... Ekelhaft, das Level. Alter. Ich fühl mich verarscht, wenn ich zurückgekickt werde. Oh. Ja. Alter. Oh. What the fuck? Oh nein. Oh nein. Ich bin jetzt so in der Falle. Nein. Okay. War aber schon, glaube ich, der beste Versuch. Ja. Ich hab's da eigentlich schon drüber geschafft, aber... Naja. Schade, schade. Schokolade. Dann das Level von Blue Soul LP. Hihi. Hihi. Ist etwas schwer, aber machbar. Kommt mir bekannt vor der Text. Der bester, bester Obstacle Chorus. Okay. Ich hab schwarze Haare. Wusste ich selber noch nicht. Sanft mit dem Vorderrad berühren. Toll. Gut. Nochmal von vorne. Ja. Slow Part. Ah. Weil ich's ja so gerne hab. Oh ja, Leute. Ist einfach das Spannendste. Ich find, daraus sollten alle Level bestehen. Nur das. Ganz langsam irgendwo langfahren, ohne... Irgendwie... Keine Ahnung. Das ist ja nicht schwer. Ist einfach nur zeitraubend. Jetfall. Okay. Auch ganz locker easy. Oh Gott. Das war schon knapp. Oh ne. Hä? Oh Mann, ey. Ja, und das ist jetzt wieder das Problem. Minion. Jetzt kommt wieder diese ekelhafte Stelle. Wo ich einfach acht Jahre warten muss. Was soll ich denn tun? Komm. Ja. Ja. Geil. Geil. Geile Sache. Ja. Geil. Naja. Geht. Das geht. Boah. Also ihr merkt schon, ich wackele einfach wie ein Spass. Die hin und her. Geil. Weil ich die dann relativ... Sehr gut. Schnell wieder los werde. Okay. Okay. Ganz langsam. Ganz langsam. Und Jetfall. Da bin ich wieder. Hallo. Nein. Wie viel Pech kann denn ein einzelner Mensch haben? Sieht aber irgendwie cool aus. Hat sich schon gelohnt zu sterben. Oh, der Swarer kommt. Ich bring dich um. Äh. Oh. Ja. Uh. Check the booty. Ja. Oh. Ich kann Fahrrad fahren. Mama, Papa, ich kann's. Ich hab's gelernt. Und da hat er wieder beide Arme verloren. Geil. Was ist denn los mit ihm? Wenn ein Kind sich irgendwie... Hä? Ein bisschen rumhangelt. Dann verliert das doch auch nicht direkt seine Arme. Oder doch? Ist es irgendwie... Geht das... Ist das so? Ich mein, die Arme sind dünn. Und da kann ich mir das doch vorstellen. Also wenn ich so drüber nachdenke. Das war klug. Mann, das war richtig klug. Auch cool, wie ich gerade an einer Stelle vorbeigefahren bin. Also den Start. Äh. Wo ich schon 300 Mal vorbeigefahren bin. Und dann auf einmal beim Neustarten die ganze Zeit dasselbe passiert. Richtig abgefuckt. Oh, nee. Oh, nee. Nein, nein, nein. Nicht die Starken. Die Starken sind richtig eklig. Okay. Geschafft. Perfekt. Ja, dass es auf Kopfhörer ist, gefällt mir gerade nicht unbedingt. Und ich bin tot. Okay. Einen Versuch noch. Einen einzigen. Nein. Und ich glaube, das war schon der Versuch. Obwohl. Ja. Geil. Oh. Da ergibt sich was. Oder nicht. Gut. Genau. Ich bewege mich einmal kurz und schon habe ich wieder einen Arm verloren. Oh, Kopf. Oh, ja. Oh, ja. Geil. Oh, ja. Nimm den Kopf. Oh, ja. Nimm den Kopf. Und. Filterarm. Ja. Beide kaputt. Würden zwar noch über Weiles Lahn probieren. Aber. Ich glaube, das ist nicht ersterbenswert. Hallo, Manu und andere. Ich hoffe, dieses Level macht euch Spaß. Von Mordador. Soll ich mich bewegen? Hä? Hieß das so? Nee. Einfach der Papa. Okay. Soll ich jetzt fahren? Ich warte. Dann trinke ich nochmal eben etwas Wasser. Denn Wasser ist ganz gesund. Ja. Okay. Es sieht halt immer noch nach einem Don't-Move-Level aus. Irgendwie. Okay. Scheinbar doch nicht. Außer er flippt da gleich irgendwie raus. Aber nee. Hä? Aber warum ist dann der Anfang so komplett komisch? Genau. Ja. Alter. Das kann man doch gar nicht überleben. Also. Ich überlebe es ja. Aber ich meine gesund. Hallo, Daddy. Tschüss, Kind. Ich bring mich um. Oh, Mann. Aber. War schon gut. Sekunde mal. Gibt es jemanden, der ein Replay gespeichert hat? Ja. 20 Sekunden. Toll. Ui, nee. LP. GLP.tv help. Oh, nee. Was sind das denn für Farben? Oh. Okay. Nein, nein. Oh. Das ist doch. Das Teil ist aber auch echt schwer, ne? Oh, 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 oh. Okay. Ich soll den alten, oh. Dem alten Mann helfen. Geil. Die Frau lebt die noch? Kann ich die? Die Beine funktionieren noch. Geil. LOL. What the fuck? Alter, der, der, beide leben immer noch. Okay, dass der Mann lebt, das verstehe ich. Aber dass die Frau lebt? Oder sind das meine Beine? Hä? Leben echt noch beide? Das kann ich mir grad nicht vorstellen. Nein. Na, sie hält sich ja irgendwie noch an ihm fest, ne? Oder ist es normal? Ich glaub, die hält sich normal immer an den, äh, an den, an der Hüfte von ihm fest. Genau. Ja, okay. Also war nur noch der Mann am Leben. Gut. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ich glaub, das werd ich auf jeden Fall überleben. Boah, was sind das? Was sind das denn für selbstzerstörerische Level? Man bewegt sich einmal und ist einfach, ist einfach direkt tot. Hol Taddle ab. Heaven's Game up, let's see. Okay. Okay. Wir bestimmt gut. Hallo, GAP, es ist toll, dass du es spielst. Ich hoffe, es gefällt dir. Viel Spaß. Du bist der Batster. Tipp. Taddle ist ganz am Ende. Taddle ist aber falsch geschrieben. Da, das ist einfach falsch. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank. Ich hab's geschafft. Oder auch nicht, weil er auf einmal erstarrt ist. Nein. Wie soll ich das denn tun? Also ich mein, die Pfeile sind ja ganz geil. Weil dann die Gliedmaßen besser zusammenhalten. Das ist schon, hat schon einen positiven Effekt. Aber nicht, wenn man dann irgendwie zu so einer komischen Spinne wird. Ach du Scheiße. Okay, je höher ich fliege, desto mehr Wucht habe ich nach unten hin. Alt. Oh nein. Das war sogar ein guter... Aua. Versuch. Ach, das sind sogar Stacheln. Okay. Egal, egal. Timmy, fang alles ab. Danke. Hä? Ist der jetzt festgetackert? Yo. Geil. Geile Sache. Ja. Er ist von mir gefallen. Nein. Scheiße. Hätte ich das irgendwie vorher gesehen? Dann hätte ich noch gewartet. Denn es war klar, dass dann etwas entgegenkommt. Boah, das war ja ultra zum Scheitern verurteilt. Die Runde. So, Tim. Ich bin tot, oder? Hä? Was ist das denn für ein... Für ein Spaß? Die... Er hat einen epileptischen Anfall. Timmy hängt da wieder an der Seite. Geil. Finde ich gut. Nein, 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 nein. Oh. Das ist ein bisschen... Nein. Och. Okay, ich habe meinen Helm verloren. Vielleicht löst es was aus. Ja, hat es getan. Hat mir aber irgendwie nichts gebracht. Oh. Timmy? Hä? Ach so, da. Okay. Es sah auf jeden Fall cool aus, wie er da tot lag. Ja, nehm den... Nein. Nimm den Schuh doch erstmal. Ja, lass mich weg. Lass mich doch weg. Ich will doch... Ich werde jetzt... Das Problem ist, diese Scheiße hier nervt. Und deswegen kann ich... Aua. Ja. Ich schaff's. Das ist jetzt echt cool. Aber das ist, glaube ich, nicht möglich, oder? Ne, ich bin tot. Ach, das ist das Ziel. Okay. Okay, 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 okay. Nein, 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 nein. Pfeile fliegen. Pfeile aktivieren, was? Timmy reinzuwerfen, wäre jetzt, glaube ich, doof, weil ich das nicht unbedingt schaffen würde und dann sterbe. Gucke ich erst was dir hier... Okay. An der linken Seite war doch nicht mehr so viel frei. Ne. Alter, richtig überschätzt. Schade, schade. Nein, Timmy. Ja, der Wagen, der Wagen, der kann alles. Sauber. Okay, okay. Kann ich das hier nochmal reinjagen? Nochmal den Stuhl reinpacken. Geil. Geil, perfekt. Aktiviert alles. Das aktiviert alles. Nochmal hier ein Stück von meinem Körper. Nein, 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 nein. Okay, 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 okay. Ich könnte Timmy nochmal abholen, vielleicht lebt er auch noch. Ne. Tut er nicht. Ich warte. Ich chill die Base. Kommt noch irgendwas? Komm schon. Ne. Okay. Ja, geil. Ich glaube, ich lebe noch, oder? Ja. Ja, okay. Ich lebe noch. Kann man auf jeden Fall so nennen. Gut. Dann würde ich mal sagen. Was ist das hier mit dem Part? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Heute um 16.30 Uhr TTT. Und um 18.30 Uhr. Die Geheimnisse der Zitadelle der Zeit in Minekraft leben. Immer bewerten und dann bis dann. Tschüss.